Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen Video von Ausstellungen Stuttgart und Glarefy. Ich bin Felix und ich war letzte Woche auf der Ausstellung Klasse Brenner Write or Die, die im Kunstraum 34 wieder stattfand. Da war ich jetzt schon öfter und es war wirklich brechend voll. Es gab einiges zu sehen. Die ganzen Künstler konnten sich natürlich auslassen. Es war eine große Gruppenausstellung und hier sind meine Impressionen. Viel Spaß! great Ich begrüße euch alle zu unserer ersten Ausstellung 2018 im Kunstraum 34. Ich begrüße vor allem die Klassenbrenner in der Kunstakademie Stuttgart, die schon zum zweiten Mal mit uns zusammenarbeitet. Und an der Stelle bedanke ich mich an der Kunstraum 34, die zweite Einladung für die Organisation, die immens ist bei jeder Ausstellung, ob das bei Studierenden ist oder im Museum. Das ist immer ein Morsding, also wie sehe ich jetzt schon mal, und nicht der ganze Anarcho von 35. So, ich habe es noch vergessen, damit Sie wissen, wer hinter dem Namen steht, der Gesichter, die sich notfalls ansprechen, bitte ich jetzt mal meine Klasse zu mir vor. Vielen Dank. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.